Die Leute feiern ausgelassen den Berliner Marathon 2021, gute Stimmung im Einlaufbereich. Kurz vor dem Brandenburger Tor Corona-Maßnahmen, weit und breit mich zu sehen. Polizisten sitzen unmaskiert in ihren Einsatzwagen, also scheint hier irgendwie eine verkappte Querdenker-Demo zu sein, nicht wahr? Also wirklich sehr gelungen, sehr gelungen, gute Laune, Abstände, null. Masken, weniger, Sieger, 25.000 angeblich, die daran teilgenommen haben. Ist mir eben zu Ohren gekommen, ob es stimmt, weiß ich nicht. Ja, ich freue mich, dass es so schön funktioniert. Ohne Abstände und ohne Masse. Sehr schön, sehr schön. Freedom Day heute hier in Berlin. Ja, ich freue mich. Musik 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 Also mein Fazit nach dem Besuch des Einlaufs des Berliner Marathons 2021 Hier gibt es keine Corona-Maßnahmen Null Musik 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 Musik